einen wunderschönen guten morgen an alle ja chef so noch mal an alle einen wunderschönen guten morgen wir haben heute mal eine baustelle die habe ich damals bei der firma bistefeldtage am ersten tag gemacht wo ich bei denen angefangen habe richtig schönes häuschen ich zeige euch mal und das gerüste schon leider weg also die maler haben es uns abgebaut weil erneut fließen gelegt werden sollten schönes häuschen hier zack war eine lage plus schutz nicht viel schon fertig alles muss man nur noch aufladen und um die ganze scheiße aufzuladen mal hat abgebaut wir haben es euch alles schön hingelegt guter maler gewesen hat uns ein bisschen arbeiter spart das war der hintere so pass auf jetzt kommt der vordere giebelchen der chef arbeitet der mitarbeiter arbeitet jetzt muss ich auch anfangen zu arbeiten muss nur noch schnell handschuhe anziehen moment wir sind ja schon da auf der baustelle nur noch nur noch ein bisschen aufräumen ich denke mal so bis morgen sind wir fertig so kamera wieder umdrehen also das ist das da hinten die scheiße mal hier klein kleine treppe und fertig schon fast da hinten liegt auch noch ein bisschen material hier hier mal hat abgebaut kannst du nur nehmen tragen dann kommst du hier ja her opa vorsicht nimmst dir paar belege peckchenweise drück mal auf die kamera umdrehen ja 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 und dann geht es ein bisschen schleppi schleppi blät ein bisschen treppe runter das war die andere drauf seite so mal hat abgebaut nicht mehr viel chef das machen wir rucki zucki musik spielt tanzen können wir ja da stehen die zwei lkw daiko schön laden dann geht man wieder hoch schön dem chef immer hinterher schöne baustelle beste also jungs ich wünsche euch was einen schönen arbeitstag ich hoffe ihr habt es heute ein bisschen einfacher wie wir ja der nächste chef läuft und wir haben erst angefangen hat da tun schon die füße weh na ist alles gut kriegen wir hin bis jetzt blei ich wünsche euch was macht's gut